Hallo, hier ist euer Robert Box 28 zurück zu GTA 5 und wir machen jetzt hier die Solomon Mission, keine Ahnung was wir hier machen müssen es sind mit der jetzt noch neun Missionen, wo wir machen müssen was wir durch sind rechtliche Schwierigkeiten da ist die Mission ab zum Flughafen Finde Molly wo ist denn die liebe Molly hin? hat sie wieder einen heimlichen Feierer am Flughafen das finden wir jetzt heraus ich habe einen wenigen trockenen Hals, sorry D hey Alter ich crash auch überall ein ich bin so scheiss Pfff Pfff Molli ist sehr stark sie wird nicht stoppen und sprechen mit einem derangten Körner nach ihr das ist nicht wer ich bin ich bin so scheiss im Forum so im Glauben ich will meine Bewegung Entschuldigung und benutze dein Gehirn die Spaßzeit ist vorbei das ist ja nicht der gerade beim Flughafen so ein Teil des Flughafens schauen wir mal was wieder machen müssen das ist ja auch so das ist ja auch so oh oh fuck ach du scheiss ach du scheiss die Feuerwehr hat wieder Übung ja ha ja die Verfolgungsjagd hier ist auch so unnötig die 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 Pfff! Ich will dich nicht killen. Oh, scheiß. Nein, 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 nein. Dini verfickt die Mutter. Schnell, schnell, schnell! So. Wir müssen alle schauen, dass wir nicht mehr sterben. So, aber eine kurze Mission. Die Krupps im Einzelspieler lassen sich auch immer Zeit haben. Wir gehen gleich zum B hoch. Oder wir sehen uns in der nächsten Mission.